in der hülle gab es nicht in der hülle in dem haus gibt es glaube ich auch irgendwas oder war das oben kommt das nicht erst aus das haus oder war das gerade schon ja das kommt gleich da oben hast du schon mal besiegt nene ist doch sehr gut oder war doch pflanze oder ja die nächste war geschwächt aber nene verbrennt ist einfach danach ich hätte auch mal gerne elektro pokémon fällt mir gerade so auf bodyguard es kommen auch viele trainer heute hey wir sind gleich da mit denen habe ich ausgelassen ich wusste dass der trainer ist ok drei pokémon auf weiß nicht das möchte es ist ein dick da ich wechsle mal so raus ohne volt wechsel weil hatte ich keine wirkung kritz sehr effektiv tot wie ich kann ich auswechseln das kann den effekt haben dass du nicht auswechseln kannst ich glaube ich ja also muss ich jetzt mit ok dass man sehr effektiv ok alles gut muss ich halt mit ruckzuck k.o. machen so ich gucke jetzt mal was dieser ich wollte doch nur sehen was das für ein tm ist der liegt oh ein voluna ich habe meine erzfeind wieder gefunden und er ist hässlich ja polyporygon aha viel erfolg du bist entkommen perfekt den ihr auch gerne encountert hier hätte ich nicht einen move bekommen könnt den ich gut finde bitte sagt mir nachher was du bekommen hast dann sage ich dir was ich bekommen habe ich habe den trainer nach geholt da oben ok also ich bin jetzt noch bei dem in der hülle gab es nicht in der hülle in dem haus gibt es glaube ich auch irgendwas oder war das aus oben kommt das nicht erst aus das haus oder war das gerade schon ja das kommt gleich da oben hast du schon mal besiegt nee nee ist doch sehr gut oder war doch pflanze oder ja nee nee ist zwar geschwächt aber nee nee verbrennt es einfach danach ich hätte auch mal gerne elektro pokémon fällt mir grad so auf bodyguard apollo ist tot echt verfolgung als ich auswechseln wollte oh das ist mies du weißt wer tot ist ne ja mit dein bestes pokémon ja aber was soll ich tun er trifft mich halt mit allem sehr fiktiv ich musste auswechseln das ist ok traue ich noch nicht so hinterher ich hatte fast ein ganger ach man ich hätte den trainer doch nicht machen sollen was war bürde war bürde stark situationsbedingt wenn du verbrennst ja nehm ich es mit oder nehm ich es nicht mit ich würde es glaube ich mitnehmen gegen glut kann ich es austauschen wir haben echt viele pokémon verloren in diesen aufnahme session richtig viele ja vor allem auch richtig gute ein besonders gutes durch dummheit warte eins durch dummheit das ist kein trainer nein kannst du auch mal weiter gehen oder oder willst du die tm holen ja will ich ach scheiße muss ich ja rauswechslung weil k.o. versuche dann warte wäre mein gegner nochmal ich glaube nicht jacks aber glaube ist ok erinnere mich daran dass ich misaka nicht reinnehme nimm misaka nicht rein wo bist du da bin ich nie lang gegangen da lag vorher ein item glaube ich ne das liegt woanders dann musst du nicht da lang oder kann sein dass dein item ist aber ich habe gerade ich habe nur noch vier pokémon ich habe gerade ein bisschen respekt vor allen möglichen trainern wir hatten nur noch in der stadt ankommen dass wir die aufnahme so weit abschließen können und neue pokémon trainieren können weil ich lasse diesen trainer auch aus ok du musst mir sagen wo die sind trainer ja kommt noch einer also nur noch einer mhm ok jetzt kann ich gleich mal ähm würde testen ist tot ist super stark ja 130er move ne juhu aschetasche bekommen was gab es für asche nochmal ich weiß es nicht mehr aber ich glaube ich kann es dir gleich sagen weil ich glaube ich der tp ist einwechselt doch hier war was super schutz ist es das wert weiß ich nicht ob dir das wert ist dir mir ist es nicht wert naja ich muss jetzt noch hier wieder hochlaufen das wird program gewesen das kriege ich jetzt eh nicht mehr ist das ein trainer ja ich habe den einen aus ich habe den letzten ausgerissen ich wollte nicht mehr ach ich dachte was ist das das ist eine richtig coole ich habe dich auch schon mal gekämpft gegen die ich weiß aber nicht wo man die findet leider die gab es glaube ich mit normalen Rubin damals auch nicht ja würde ich auch sagen kriege ich hin ich bin statt angekommen ok das ist stark normalerweise ach ne das war Flammenrat ne ich habe Flammenblitzgitter es verhöhnt mich alles gut du kannst einfach nur einen Ruf nicht hintereinsetzen dann steinige ich es halt der Reihe nach mit Felskrab und Antikkraft äh ok die kann ich nicht mehr und Aquakna ok gerade vorher ist ok wir haben echt viele gute neue Encounter heute bekommen und auch viele genauso gute gute verloren ich glaube sogar bessere verloren oder ich meine Cobalion und Despoter sind schon und deins war auch nicht so bad aber deine waren besser als meine ein bisschen es sind meine beiden Geister tot der ist auch ein Trainer dann habe ich ausgelassen den linken hier unten ist ein Mittelteil nach unten das ist ne TM so und ich will jetzt wirklich sehen ob wir das randomised haben oder nicht das hätte ich gern gefangen sorry das kann man leider nicht alles sich so machen wie man möchte ein Milza wäre echt cool was habe ich dir gefangen dafür ähm das Finion ich habe Doppelteam wir haben es nicht gerandomised ich bin nicht langsam sagen wir so aber hätte ich auch eh nicht fangen dürfen nee weiß ich ist viel zu strong aber trotzdem ich muss sagen hätte ich gerne gefangen Top-Alterehalt habe ich auch geholt ich bin aber schon in der Stadt also ich wäre dann soweit okay Finito der Opa der Opa hätte ich fast gedacht gib mir die Tasche ne ähm ja ich habe schon ich habe schon wieder unseren Rivalen getroffen gerade okay kämpfen glaub nicht was brachte Asche nochmal Asche kannst du gerne was eintauschen von hier Trainer jetzt kommt keine mehr ach den hab ich ausgelassen den Haufen das wusste ich nicht oben links ist ein Übertrank oh zum dritten Mal heute ich habe gar nicht mehr gesehen ich glaube zum dritten Mal habe ich den heute kaum mal hat das noch okay denke ich können drachenwut vermutlich ja ich habe keine fehlpokamon egal ein überlebst du äh Antikraft ich weiß nicht ich hätte Aquaklack äh ja nimm was was so richtig jetzt ich weiß nicht wie das besser ist Aquaklack ist ein Typ Boden der Typ mit den Megastein ist nicht da oh ja dann vermutlich erst nach der oh ich habe ein Bruder geschenkt bekommen oh cool ich habe es K.O. gemacht kriegen wir jetzt die Fossilien? ich habe Schaufler bekommen was ist hier los? ich habe den ersten Bruder Traumagiel Pokémon wechseln hast du gehört? Schaufler kriegen wir auch hier ja guck mal naja ich habe mitbekommen das Traumagiel kommt und K.O. Gegenstoß ist besser wenn du langsam bist was? Gegenstoß ist stärker wenn du langsam bist weil es ja mehr schaden nein wenn du Damage bekommen hast vorher wenn ich nicht Damage bekommen habe vorher doch Gegenstoß das klingt auch ist auch realistisch auch echt naja das will ich jetzt erst nachgucken aber ich dachte oder habe ich das vorhin falsch gelesen? wahrscheinlich der Theater Kaufhandel das Ziel vor dem Anwender stimmt vor dem Anwender ups passiert das kann man noch verkaufen ich habe alles noch eigentlich so also Hyperbälle Hypertruck Hypertruck ist sehr gut oh ich könnte ein bisschen Schutz kaufen jetzt bin ich schon in der Stadt oder? ja ja dann gehe ich ins Pokémon Center und würde sagen speichern ah erst die Tante noch anlabern ich weiß aber nicht was die macht die hat das Lagersystem entworfen hilft das uns irgendwie weiter? Haus befindet sich auf Route 114 ich weiß nicht irgendwas gibt es dafür irgendwann später 114 ich weiß nicht mehr ich habe auch irgendwas mit 100 irgendwas im Kopf gehabt willst du auch wissen wo es Brüller und Schaufler gibt? ja also du musst aus dem Pokémon Center rausgehen dann die Sequenz mit deinem Typ wieder überwinden was ziemlich nervig ist nach links wo ist sie? jetzt ist sie da gefunden und ich quatsche Leute weiter an kriege ich beides hier in dem Haus? nein nein kein zum beiden was ist das für eine Tante weiß ich nicht es sagt nur dass wir so ein Meteor auffällen müssen was das heißt wir haben noch sehr 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 viele Kämpfe vor uns bevor zum Arena da kommen da ist ein Angler ich bin nicht gegen ihn kämpfen ich kriege von dir nichts du gehst raus du läufst ganz weit nach ach da kann man übrigens dein Theorxes umwandeln wenn man eins hat links laufen links links hoch 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 links 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 also in dem Haus ist Schaufler bist du genau in dem Haus und zwar der Junge der hintere ist egal oh sorry falsches Haus noch weiter nach links sorry das sieht alles gleich aus noch weiter nach links in dem Haus hier gibt es noch einen Counter zu fangen neue Route? nö nur einen See in der Stadt wollen wir ihn fangen noch? ich würde sagen nächste Runde komm einmal noch oder oder ist der schon überall verhunger? oh Gott nö geht gerade noch ich angel ich fange nichts perfekt ich fahre zu langsam das war das Fahrrad ey gib mir ein Pokémon ein Pokémon ach fuck soll er noch ein Pokémon nach vorne tun was gut schwächen kann kann ich dich schwächen? ich hätte dich sehr gerne was hast du da? Empolion vergiss das du fängst das nicht doch wehe du tötest es jetzt es ist ein Empolion es ist ein Empolion es ist Level 5 verdammt Empolion ist auch Level 5 was? das ist normal ich glaube hier fängt man fast immer noch würden wir Pokémon in diesem See oder Zehner das kann sein egal ja einschläfern und fangen irgendwie Stachelspure alternativ töten das wäre so ein halber Encounter gegen Feuer-Pokémon das Problem ist Staate haben eine schwierigere Fangrate als Dummisel als das Dummisel ja es heißt doch schon Dummisel pass auf Flunschlik Dummisel und Spotrot sind so Pokémon die gleitend geschätzt werden ok es ist ein vollentwickeltes Pokémon und es ist nicht im Ball geblieben es will mich veralbern es ist nicht geschwächt was erwartest du es ist ein Dummisel ich will ein Empolion in ein Pokéball fangen los yes ein Pokéball vergleichzeitig mit dir ungefähr so und jetzt noch Brüller ist links hier links vom See so ein Gentleman mit einem Pfiff hier er ist ein bisschen im Namen was ist Dummisel Typ normal ne mhm oder ist er Boden ich guck mal schnell nach falls normal habe ich ein Problem was bei den Typ machst du ja Dummisel ist normal gib mal einen normalen Namen weiblich ich hab keinen ich hab ihn heute verbraucht bei Fluffel Luft ähm lass mich zuerst meinen Namen raussuchen helfe ich dir äh mein Name aufschreiben ich hab ja noch Wasser weiblich Juvia von Fairytale nice ähm hast du keine normalen mehr ne hab ich nicht dann sehen wir uns gleich wieder bis gleich bis gleich da sind wir wieder Clear hat sich übertroffen wir haben einen Namen rausgesucht die Thousand Sunny und da Sausen nicht hinpassen hat Clear einfach den Namen aufgeschrieben ähm also die Zarin geschrieben ja ne gut kannst weiter machen ich find's schön damit haben wir auch den Account hier oben fertig das heißt wir sind zu weit durch oder willst du noch irgendwas machen Brüller 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 okay der Mann ne das Pfiffchen gibt dir keinen Brüller der Mann schon ne schade aber das Pfiffchen brüllt doch ja weil der Mann ihm Brüller dabei gebracht hat ach schon ich hab noch ein Nugget gefunden willst du es haben ja rechts 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 nicht hoch 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 in der Stadt da ist ein Baum im Weg da ist ein Krankenwagen draußen rechts 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 da in der Kuhle mit in die Kuhle gehen Nugget sehr schön können wir auch gut verkaufen wieder nice okay dann war es das wieder ich hoffe es hat gefallen Leute bis zum nächsten Mal Ciao bis zum nächsten Mal Ciao Ciao ha